Musik So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popiker Willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zu Schnauper Elite 3 und wie soll's auch anders sein? Der Greg Hersen ist auch wieder mit dabei Na klar, ich bin übelig, ich freu mich so gut auf die ganze Scheiße Na ich auch, ich auch, ich auch Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an hier Belagerung von Tobruk auf Authentisch meine Freunde Es gibt noch mehrere Schwierigkeiten, gerade wie Sniper Elite, Meisterschutz und Kadett Das ist alles nichts für uns Wir nehmen Authentisch Wir sind Authentisch meine Freunde Und jetzt geht's gleich los hier Wir brauchen Heckenschützen an der Mauer Na mir komm, Gregi! Das fragt doch genau den Rischen! Geht los! Die Sache wird zusammen Na, hallo? Hallo, Gregi, na Komm, komm mal hier Oh nee, nicht mehr so toll Man kann immer so schnell die Becken Ja, das ist schade, aber Das krieg ich mir schon hin Na, wir müssen jetzt erstmal an der Front, Gregi, komm! No, wir werden gebraucht Schutzwelle Boah, geht's ja gleich recht ab hier Wie kann man sich hier? Ja, einfach hinhocken Ah, okay, dann macht er das automatisch Oh, auch gut Komm, den holen wir uns hier Oh, gleich, gleich rüchte Kamera hier Nee, ich nicht Ich noch nicht Du nicht? Nee, ich noch nicht Dann haben wir die jetzt unabhängig voneinander Da hinten ist noch einer, Gregi Boah, sieht das geil aus Alter, jetzt Der hat's dem die Lunge zertrennt Boah, ist das geil Der wollte gerade What the fuck Geil Alter Greg, wir müssen hier runter Wir müssen hier Ach stimmt, da müssen wir hin Den müssen wir nicht erschießen Aber das sieht schon mal aus Boah, scheiße Was passiert? Wo bist du? Ich bin hier unten Ah, du bist ja da unten Ja Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch Nee, da oben Der Heckenschütze, Gregi Ach, den müssen wir töten Ich hab'n Du hast den Oh, du stehst genau neben mir Nee, ich hab'n jetzt Der lebt aber noch Ja, slow motion Achso Geil Boah, der fällt um Boah Oh, das ist besser Das ist nicht so feindlich Oh, ich heiße, Gregi Ich hab'n schon ein paar Mal getroffen Ja, du hast es, Gregi Du hast es Ich war das? Okay Gut Nice Geht's aber schon mal recht ab hier Übelst Ach, du Scheiße Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir laufen Scheiße Oh, nee Du bist Ringgefallen Übelst benommen, das arme Schwein Hm Oh, das ist gar kein Thema Das steckt ja weg No Kann ich dir helfen? Du hast das schon alleine Nee, das passt Dankeschön, Dankeschön Und es gibt wieder ne Karte Das ist doch fein So, jetzt müssen wir Da hoch So, ich hustle dir jetzt Am einen Dreier Ich hab' was gehört Der eine pennt Der pennt? Oh, tatsächlich Nice Der ist tot Ich hab' mir in die Fresse geschossen Ich hab' den Hast'n? Äh Der will noch nicht so ganz Geh' jetzt tot Ist er down, ja? Jetzt ist er tot Sehr gut, krieg dich Sehr gut Wieso hat meiner blaue Lippen? Ne, blaue Zähne hat der Der hat blaue Zähne Der Tote? Ja, guck mal Der hat blaue Zähne Ach, der Übel Alter Das ist ja krank Und der hier aber auch Oh Da haben sie was vergessen Das ist No Oder die haben einfach nur hässliche Zähne Die Typen Krieg ihn Haben alle Tint gegessen Nimm die mit Ich, no, das ist eine gute Idee Oh, das ist eine gute Idee No, das ist eine gute Idee Tun wir die hier in der Ecke Wochen Der ist sogar noch gut, der blutet gar nicht Meinner, die liegt da No, dann schmeißen wir die alle hier zusammen Nichts, ich hab' nur über die Ja, sieht gut aus Sieh gut aus, sieht gut aus, mein Greggie Aber wir müssen weiter Wollen, kleinen Moment, ich teste kurz, ob man noch auf die Granate schießen kann Das ist Craig, die haben uns gehört Oh, scheiße Das war's natürlich Warte, 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 Craig, warte Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe Keine Hektik Gutes Da steht er Nicht erlisch, du Feure Warte, ich guck, ob da noch einer ist Das Erner ist tot Aber da brüllen welche rum Ja, ja, ich seh's Ich hör's Ich würd mich mal hier so ein bisschen nach links orientieren Ja, ich geh mal nach rechts Jut Ich checke mal die Lage Jetzt, jetzt wär so Kimmo und Korn eigentlich ganz nützlich Ich hab' ihn in die Schulter geschossen Und ich hab' ihn in den Arm geschossen Der ist tot Schappen Nice Da ist aber noch was Da ist er Oh, ich hatte gerade mal Schappen Nice Er ist weg, er ist weg Ehen aus der Crew ausgeschaltet Oder Zerstöre die Nebelwerfer Oder schaltet die Crew aus Eins von vier Ah, okay Die sehen dann ganz kaputt aus hier Nun lass Craig, hör auf Du machst mir Angst Ein Verband hab' ich gekriegt jetzt Warte mal, ich muss mich ja mal selbst heilen Wie kann ich mich ja selbst heilen Geht das? Ja Bestimmt dann F Oh Einfach nur Weißt du, was er gemacht hat? Nee Einfach nur auf dem Arm sich geklatscht Oben Komm, jetzt nicht mehr uns hier durchräuchen Dann Krallen wir uns die Assis von hinten Wir nehmen am besten mal die Wellrot Oh, 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 oh Pass auf, pass auf, pass auf Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin Ganz ruhig Bleib stehen, bleib stehen Nicht leh Aber mit kurzer Hose Neues nimmt sie wahr ein bisschen, glaube Warte mal, warte mal Ich bleib stehen Ah, da Da sitzt er noch auf dem Stuhl Ich hol den jetzt mit der Wellrot weg Ah, der andere guckt gerade hin Einer ist tot Ja, der andere Nice, sehr schön Aber pass auf, da müssen noch mehr sein Das ist Teamarbeit, meiner Das ist Teamarbeit Übelst, Craig Übelst Wie sieht's aus? Da hinten 40 Meter müssen wir hin Und hier drüben 28 Meter Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Die sind da vorne Die sind da vorne Die sind da vorne Craig, andere Seite rechts Mach, dock dich Hinhocken, hinhocken Craig, hinhocken Ah, dort Dort, und da sind aber noch mehr Oh Das sind zwei Einer ist, einer ist links Und zwei sind rechts Ja, da, da, guck mal Nice Einer ist tot Nice, 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 Craig Der hat dem Messer in den Köppen gekloppt Echt? Dann holen wir uns die anderen jetzt auch noch Ganz leise Der tut jetzt zwei rein hier Lade nach, du Forel Lade nach, du Forel Und? Ich würde sagen, go, go Jetzt Go, go Nein, du hast mich nicht entdeckt Der ist tot Oh, sehr schön Ich habe, ich wusste nicht, was ich drücken sollte Für nahe kommen Äh, E Ach, E ist das Der hat dann genau Das Messer irgendwo hingerammt Hier kann man hoch Ach, das ist gut, Craig Wollen wir da mal Aussicht Aussicht Hier chillt sogar ein Gewehr rum Echt? Kann man das mitnehmen? Das kann man Scharfschützen-Nest betreten Leerdaste Nice, nice Jetzt klappt der hier die Ich wurde befördert, meiner Sehr gut Na, ich wurde schon Ich bin schon Level 2, ja Nice Und? Wie kann ich denn die Sniper hier nehmen? Schwarz freigeschaltet Und Dynamit freigeschaltet Meiner, wir gehen gerade richtig ab hier Na, das ist cool Steine und Stahl Aber ich sehe hier nichts Hier ist keiner Auf wen du schießen kannst Mal gucken Da hinten ist ein Nebelwerfer Aber der ist hinter einem Hügel Und da hinten, Craig Guck mal Wo? Da hinten Da ganz hinten Da chillt einer Hast du recht, Mann? Den hole ich mit Das war ein bisschen zu niedrig, meiner Die kommen von der Seite Was? Wir kriechen aufs Maul Scheiße, wo? Äh, hinter dem Hügel da Hockt einer Das heißt, hinter dem Hügel Hinter der Deckung Ähm, hier Da neben dran Ja, ich seh Wir machen dem mal Angst Oder? Komma hier Wir machen dem jetzt Jetzt machen wir dem mal Angst Bisschen Aber richtig Ich hab auch verstanden Jetzt guckt er Jetzt guckt er Jetzt guckt er Ich krieg den nicht Jetzt hab ich ihn Boah, alter Heißt du den zerlegt? Nee Abwarten, lass den kommen Ach, der da drüben ist noch da Au Mein, Auto Du hast mich fast erschossen Ich hab den aber getroffen Der ist da und Ich hab Nee, der lebt immer noch Du hast mich auch fast getötet Ich steh mir eine halbe Stunde an dem einen blöden Typen, ey Der ist diese Nein, das darf doch nicht wahr sein Der ist tot Ja, hast du ihn? Nice, Craig Nice Ein Schuss ins Blaue Ich glaub, das war ein Achievement Oder sowas Nice Ich glaub, ich hab keine Moon mehr, ne? Ich hab auch nur noch elf Schuss Und im anderen hab ich noch zwei, drei Scheiße, Craig Scheiße, hier stehen drei Hat er uns? Ja Oh Da stehen drei Pass auf, links steht auch noch einer Sind die vielleicht Oh, irgendwann laut Kann man hier raus? Nee Warte mal, warte mal, warte mal Kann man nicht raus? Nee, leider nee Scheiße Ah, der geht automatisch in Deckung Hab ich jetzt inzwischen festgestellt Ich hab doch hier Warte mal Kann man hier irgendwie die Kannst du zwei kriegen? Warte mal, ich kann zwei kriegen Quack, ich kann zwei kriegen Ja Nice Scheiße, der läuft weg Scheiße, der läuft weg Der läuft weg Geh in Deckung, geh in Deckung Der läuft hier zurück Na Aber jetzt könntest du ihn kriegen Oh nein Scheiße Ich hab zwei Hast du den anderen? Oh nice, meiner Ich hab den anderen, ne? Boah, alter Falter Guck mal, hier oben gibt's wieder einen Turm Ja, da gehen wir erst mal hoch Na, guck mal mal, ob's hier wieder irgendwo so einen blöden Idioten gibt Der stressen will Idiot Ein Funkgerät Ein Funkgerät Und Sammelkarten Wo den Sammelkarten? Hast du den nicht eingesammelt? Da lag eine Sammelkarte Oh scheiße, ich hab geschossen, Craig Ich hab ihn Nice Schnell Schneller Guck mal, jetzt können wir die Nebelscheinwerke wahrscheinlich von hier kriegen Ne, der ist zu weit weg, der ist noch hinter dem Stein Scheiße Ich hab alternativen Wege entdeckt Sehr gut, Craig Alternative Wege sind immer gut Guck mal, da seh ich ihn, da hab ich ihn gesehen, grad da hinten Okay Warte Ich komme nur untergeschissen Ich brauche Munition irgendwoher Hier gibt's halt auch gerade nicht so viele Leichen zum durchsuchen Ne Da, 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 äh, macht so blöder Der Scheiße Was denn, Craig? Die haben uns entdeckt irgendwie Eirals Ich komme Wir haben das Primärziel ausgeschlagen Wieso baut da jetzt einer Bomben da? Wieso baut da jetzt einer Bomben da? Ist der von uns gewesen? Ne, wer fasziniert Ich glaube schon, hat uns den Weg eröffnet Ne, wer fasziniert Wursch Was war denn jetzt, was hat der jetzt gesagt, Craig? Ich hab mich verstanden Ich hab mich verstanden Ich hab mich verstanden Dann müssen wir jetzt wieder hier hochwursten Und hier geht's Hier ist ein Graben Was? Ja toll Leertaste drücken, um über Spalten zu springen Ich bin da runter Das müssen wir nochmal, Craig, das müssen wir nochmal probieren Was sind, oh nein Oh nein, ich bin aus Versehen Oh, oh, oh Der kommt Flugzeuge Flugzeuge Craig, der geht ja wieder zurück Jetzt steht noch Oh ne, jetzt kommt der Das war der Prolog Ich glaub, das war das Intro, ne? Prolog, Prolog Nein Wir sind offiziell in-game Schneiber-Elite 3 Yeah In Afrika Oh, jetzt bist du rausfinden, wie das Jetzt geht's hier weiter bei mir Bei mir auch Ja Es wär doch aber dumm, wenn ich dann nicht bei dir bin General Franz Walen Deren Informant ist von der Bildfläche verschwunden Ich soll der Sache nachgehen Erste Anlaufstelle ist die Gabarun-Oase Transportknotenpunkt der Achsenmächte Spähtrupps und Kommandeure reißen hierdurch Nebst Geheiminformationen Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite Ein paar Offiziere sind in der Gegend Darum beginne ich hier mit der Suche Um den See herum Gibt es zahlreiche Anhöhen Perfekt, um ein Gewehr aufzustellen Wenn Walen hier gewesen ist Hat er eine Spur hinterlassen Und ich werde ihn finden Ich bin wieder in deiner Lobby drin Und ich habe einen neuen Gegenstand Nicht auch Na ja, gegen Dann wirst du das mal sagen Ne? Wir verabscheuen uns jetzt das erste Mal Ja Dann bleibt es auf jeden Fall spannend fürs nächste Mal Auf jeden Fall Auf jeden Fall So, das war es dann von uns hier Und schnell mal Lied Sagst du mal Rinnjahorn, euer Bubiger Und natürlich ist da Der Krieghausen Player left Player left So, das war es dann von uns hier Bis zum nächsten Mal